Bei mir ist das so. Ich habe euch das Video gezeigt aus einem Video, da ein schlechter Gewinner hier. Das meine ich mit schlechter Gewinner. Wenn ich gewinne, ich provoziere seinen Vater. Ist mir egal. Wenn ich gewinne, gewinne ich. Monopoly, Uno, FIFA, wenn ich gewinne, dann gewinne ich. Wenn du neben mir bist, Pech. Einfach Pech mit SCH, ist mir egal. Pech. Ich muss echt sagen, Monopoly, ich bin da. Da bin ich wirklich, guck mal, ich habe euch bei FIFA gesagt, ich bin so, okay, nicht krass, nicht schlecht. Ich bin okay. Bei Monopoly bin ich krass. Da sage ich so, wie das ist. Monopoly, komm, ich bin ein Finanzmann. Selbst auf dem Rückflug von Japan, da habe ich gespielt mit Arne, Nadim und Jordan. Ich habe den Geld abgezogen bei Monopoly, also dieses Monopoly-Geld. Pleite, Bankrott, keiner hatte mehr einen Banken. Die wollten sogar zusammen gegen mich spielen. Keine Chance. Monopoly, Chef. Und als wir im Lockdown waren, im ersten Lockdown, habe ich mit Tabea und Bilet gespielt. Und wir haben gespielt, Tabea hat uns auseinandergenommen einmal. Und ich war sauer. Ich habe das nicht gecheckt, von wo. Die hatte diese drei Straßen, die sind immer drauf gelandet, immer Geld bezahlt. Und dann haben wir einfach einen Deal gemacht. Die weiß, die ist auch so, Finanzfrau, und die weiß schon, wie das ist. Die sagt so, ja, guck mal, wir machen das so. Wenn du mir jetzt 50 Euro im echten Leben gibst, dann gebe ich dir jetzt 30 Millionen Euro hier bei Monopoly. Bruder, ich habe gar nicht überlegt. Gib mir das Geld hier, nimm deine 50 Euro. Ich verliere Monopoly nicht. Punkt. Ja, dann habe ich Monopoly gewonnen, aber 50 Euro verloren. Ihr könnt selber entscheiden, was schlauer ist, wer hier gewonnen hat. Aber, ja, so war das dann ungefähr.